So, und da wären wir auch dann bei der zweiten Folge. Jetzt, also wenn dieser vergangenen kommt, wird Weihnachten schon gewesen sein. Für mich kommt Weihnachten erst noch. Ich nehm's grad am 15.12. auf. Und dann starten wir gleich mal. Und wir sind dann gleich in Malaysia. So, jetzt müssen wir wieder etwas warten. Dann passt es aber gleich auch schon. Ich nehm grad irgendwie nur mit 30 FPS auf. Oder liegt das am Ladebildschirme? Ah, jetzt kommt wieder wir. Wir grüßen Sie aus Malaysia, wo wir gleich... Hallo aus Malaysia. Ich starte wieder direkt mit Primes. Und dann geht das auch los. Ich probiere, also ich hoffe mal, dass... ...mein Controller... Oh shit. Dieses Mal nicht so laut ist wie letztes Mal. Ich hab aber schon die erste Folge geschnitten, ne? Und das war wirklich extrem laut. Weil es jetzt noch laut ist. Also besser ich überprüfe, ne? Da probiere ich, was man machen kann, weil... Ich mache ja noch einen Cut zwischen den Qualifying und dem Rennen, weil ja es gehen kann, als der Umstücke folgen sind. Und anschaue ich noch, was ich machen kann. Und ich bin die Strecke lange nicht mehr gefahren, was man glaub ich auch merkt. Und... Jetzt kommt gleich die Langgezogene, wo eh keine Leute sind. Jetzt... Ne, die kommt jetzt, oder? Ne, die wartet jetzt schon. Oh Gott, ich hätte echt nicht mit Primes starten sollen. Ich merke den Unterschied. Ich hoffe, ich kann da etwas rausbremsen, ne? Jetzt werde ich wenigstens grad noch Zweiter. Komm schon, 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 Scheiße. So, wie sieht's aus? Ich bin... ...2. ...2. ...2. So. Wie es weitergeht, werden die dann wohl morgen abzustimmen. Tschau. ...2.